Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Birkenfeld. So kurz was weg machen. So ist Mist gebaut, hat nicht auch ein Fenster verstört. So jetzt wollen wir die Tüften verkaufen. Nach halb zwei Wochen jetzt knapp. Dann fort damit. Zack, Hammer. Escape. Abgeschlossen. So, haben wir hier fast 100.000. Jetzt gehen wir mal hier hin. Da muss ich mal gucken womit das Ding noch platzieren. Hier habe ich ja mein Woller. So, ich muss mal gucken wie das Ding gebaut ist. Diverset war das glaube ich drin. Genau, hier ist ein Heizwerk. So ist ja relativ schmal und klein. Das geht ja gut. So ist noch ein bisschen drin das Teil. Dann setzen wir hier so hin daneben. So, Hammer. So, haben wir noch ein bisschen was Geld regeneriert. Jetzt brauche ich einen Hex Slur. Einen Feldhex Slur. Was nehmen wir da schick ist. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal. Nehmen den hier aus dem Glas Pack. Der reicht. Nehmen wir mal ein extra langes Inkladerrohr. Und machen wir da auch mal ein reich zu. So, den mieten wir. Dazu brauche ich jetzt noch ein Wechselschneidwerk für Pappels. Was für Glas. Gas. So wie das Ding passt da dran. So, den mieten wir auch mal. Müsste aber passen. So, jetzt brauchen wir noch einen. Das ist ein ULW. Das haben wir hier drin. Die Hackschnitzel nehmen. Ist das eine ? Gerne plus Hackschnitzel. Hm, okay. Dann müssen wir mal gucken. Wie wir es am besten machen. Sollte ich jetzt? Sollten wir schon mal schauen. Fahre wir schon mal zum Feld rüber. Können wir mit dem Weg noch was stehen? Egal. Egal. Ich bin ja mal gespannt ob es jetzt besser läuft mit mehr Power auf der Grafikkarte. Da hat es immer geruggelt. Das wäre ich, ne? Vielleicht Steinbock-Bursch. Boah, was auf der Map bleiben ist so schick. Puh. Ich muss mal gucken wie ich das am Dunsten mache. Ich sehe ihn. Losbildungsabsch. Ich habe schon getroffen für den Kreisford. Ich habe schon gut gewachsen das Zettel. Und hier rüber. So, da haben wir den Hexler hier. Wofür sind das, ist das denn kompatibel? Was damals? Oh Gott. Da ist uns nicht gesetzt. Die Kohle. Ich bin jetzt gepurft. Ich muss noch was tun, ob das gepurft ist. Hexel-Teil. Garage. Die Miete der Fahrzeuge. Die Miete war auch so teuer. So teuer. Ich muss noch kurz an die Ausgaben kurz gucken. So, Ausgaben. Ach, Baukosten mit. Ja, die Baukosten. Die Baukosten. Die Miete kommt das raus. Das ist klar. Oh. Oh. Huah. Huah. Baukosten mit Miete. Ach klar. Huah. Stop. Ab. Geh weg. Ich bin jetzt für mich. Oh mein, geh heim. Ausgaben. Oh. Ich bin jetzt für mich. Ich bin jetzt für mich. Oh. Ich bin jetzt für mich. Oh, geh mal. Ich bin jetzt für mich. Auf. Ich bin jetzt für mich. Hier irgendwo rein. Hier irgendwo rein. Irgendwelche. Hier irgendwo rein. Ach, da vorne. Ach, da vorne. Am Wald. Hier ist die. Ja. Am Wald da. Wir können mit den Querwurfen Wald schnitzen, das machen wir gleich mal schnell. Oh, wo wir die Außenansicht haben könnten wir sehen. Ich muss mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Kommt was dabei geformt. Ach man. Boah, das klicken. So, und einschalten. Und einschalten. Ach man. Und einschalten. Gut, das ist einfach. Moment, vor mir sehen wir den Motor gleich aus. Ich bin schon. Da ist noch ein bisschen Kohle, ein bisschen nah ran vor geht es mir noch nicht, normal ist vornehmen können. Oh genau, das ist auch ganz taktisch. Oh, jetzt koppeln. Abkoppeln. Auch das Palettenpark. Oh, Mann. Ist nicht mein Tag. So. So. Jetzt koppeln wir mal ab. So. Jetzt koppeln wir mal ab. So. Guck mal, passt der? Nee. Der passt nicht. Doch ein Mist. Der Kugelkopf passt nicht. Wird doch nicht so, wie ich mir das gedacht hab. Schade, schade, schade. Oder, wie wir das jetzt machen. So. 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 In der Bahn ist schon 50 Prozent, das ist einfach schwer. Das ist noch nicht mal hinten. Ich wollte das nicht extra langt in der Nummer. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dude. It's 7% more. So, jetzt gucken wir mal Hackschnitzel, Best Price Hackschnitzel. Das Heating plant ist bis jetzt bester Preis noch. So, ins UR. Ja, 21.000 Liter Hackschnitzel. Ja, fahr mir rein ey, ich hasse den Verkehr. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Das ist ja. Ja, 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 das ist ja. Ja. Uff ist das gleich. Oh, schon. Erzähl er es nein, genau. Oh, es ist ja so, dass wir dann noch wegkommen. Okay. Oh ja. Oh ja, nein, nein! Oh ja, nein! Oh ja, nein! So mach ich mal ganz außen, ganz wenig, mach ich mal ganz so viel miese, also kaum Käls, mach ich mal so. Soodilly, wo die erste Ladung Hackspitze schon mal verklingelt. Soodilly ist hingelogen. Ah, am festen. Jetzt auch. Alles so einfach. So, mal lenken kurz. So, aber ich komme jetzt erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefeiert, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso. Ciao.